Jeder Jugendliche braucht bestmögliche Chancen und Wege in gute Ausbildung. Es ist dramatisch, dass eine Viertelmillion Jugendlicher im Übergangsbereich geparkt sind, statt direkt in gute Ausbildung zu münden. Das muss sich dringend ändern. Wir wollen eine Strukturreform in der beruflichen Bildung, damit wir eine Ausbildungsgarantie haben anstelle von Warteschleifen. Wir wollen, dass es echte Brücken und gute Wege gibt, insbesondere für benachteiligte Jugendliche. Ein Weg kann die begleitete Assistenz sein. Darum müssen wir uns kümmern, denn wir dürfen keinen Jugendlichen verloren geben. Es ist dringend notwendig, dass mehr Betriebe auch ausbilden und dass die Qualität und Attraktivität erhöht wird, denn die Vertragsauflösung und die Abbruchquote sind zu hoch. Und ich sage auch ganz klar, Finger weg vom Jugendarbeitsschutz. Das darf nicht aufgeweicht werden, sondern muss wirklich eingehalten werden. Das alles gehört für mich zu einer guten Ausbildung dazu. Kein Jugendlicher darf zurückgelassen werden. Strukturreform in der Ausbildung heißt, dass wir wirklich den Übergangsbereich schrumpfen müssen, damit Jugendliche auch wirklich von Anbeginn an für den Ausbildungsabschluss lernen. Das bedeutet für uns, Warteschleifen abzubauen, statt wirklich Leute dann im Übergangssektor zu halten. 33.000 Ausbildungsplätze sind frei geblieben. Eine Viertelmillion Jugendlicher waren jetzt in diesem Übergangssektor. Ein Großteil der Leute will eben auch so schnell wie möglich in Ausbildung. Und deshalb ist es notwendig, ihnen wirklich auch gute Brücken in Ausbildung zu bauen. Das können beispielsweise auch noch ergänzende überbetriebliche Ausbildungsstätten sein. Und Produktionsschulen, das kann eine assistierte und eben gut begleitete Ausbildung sein. Da gibt es tolle Modelle wie das Hamburger Modell beispielsweise oder das neue Übergangssystem in Nordrhein-Westfalen. All diese Programme gehen in diese richtige Richtung, weil wir einfach keinen Jugendlichen verloren geben dürfen, sondern allen die bestmöglichen Chancen auf einen guten Berufsabschluss geben müssen. Dann haben wir auch kein Problem mehr mit Fachkräftemangel und vor allem kein Problem mehr mit der massiven sozialen Ungerechtigkeit in unserem Bildungssystem. Also eine assistierte oder begleitete Ausbildung kann eben ein wichtiger Weg sein, um Jugendliche gezielt an die Hand zu nehmen und gerade auch Benachteiligungen dann abzubauen. Sie müssen wirklich begleitet werden. Die Betriebe brauchen nicht nur Unterstützung und müssen ausbildungsreif werden, sondern die Jugendlichen müssen an die Hand genommen werden. Das ist wahnsinnig wichtig und da kann eben die assistierte Ausbildung ein Weg sein. Wir haben ganz tolle Programme und Projekte vor Ort und da geht es wirklich darum, dass das in die Breite getragen wird, damit alle Jugendlichen davon partizipieren können.